Musik Oh, du kommst heute Abend in dich für die ganze EG Und du schützt den Küchenbrot und du finnachst das WC Dann schaust du in dein Legalfach und du denkst so ein Scheiß Du wohnst und schwör'n, gestern stand hier noch ein Kilo Reis Oh, you gotta fight for your eyes Batswari, Batswari Hey, 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 hey Oh, du bist voll amt, verzweifeln, rufst den Nachbarn an Und fragst ihn noch, bei dem ich noch was räuslein kann Doch der ist voll auf 180 und er schreit, no way Du schuldest mir noch Uragu und Refilet, was denn? Oh, you gotta fight for your eyes Batswari, Batswari I need some Weiss, Weiss, Baby Weiss, Weiss, Baby I need some Weiss, 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 Baby Oh, Batswari, 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 Batswari Oh, Batswari, Leute, seid ihr mit mir down Um den Likes von gestern Abend in die Pfanne zu hauen Batswari, 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 Batswari So was sind das jetzt nicht, du wirst heut nix serviert Und auch ich leg die Püße hoch, mal mir nen faule Nix Denn ich bin Onkel Hange und nicht Onkel Bats Oh, you gotta fight for your eyes Batswari 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 Hey, da hinten sitzt ein Mensch, man denkt, was ist das für eine Show? Der Sound ist nur reint und das Licht wirbelt wie sonst was. Sind das 400 Oktoberpuzzle, die Zeitleiter an den Knöpfen hängen? Nein, es ist ein einziger Mensch und er operiert ausschließlich mit dem Gehirn. Deswegen, Hannover, wenn doch irgendwas in euch steckt, das macht Lärm. Wir haben den besten Techniker, den Hannover hier gesehen habt. Und auf jeden Fall die 100 G1, heute haben wir es sagen, macht Lärm für Christian mit K. Außerdem, weil auch nicht selbstverständlich, dass ihr heute Abend alle hier bleiben sollt. Heinz muss bleiben! Entschuldigung, ich sage, Heinz muss bleiben! Und ihr könnt dafür auch was tun. Ihr könnt dafür was tun. Wir haben, äh, ihr wisst das wahrscheinlich auch, als Hannoveraner. Es gibt einen neuen Bürgermeister und an dem könnt ihr einen Brief schreiben. Und ich habe das Gefühl, der hätte dafür vielleicht sogar offene Ohren. Also schreibt einen Brief an den Bürgermeister. Betrefft Heinz muss bleiben! Bitte, bitte, bitte! Und macht Lärm für das Team, was sich dafür einsetzt. Heute Abend vertreten durch K. 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 Rene Deutlich zu wenig Lärm, aber vielleicht liegt es daran, weil ich seinen Namen nicht ausgesprochen habe wie eine italienische Pizza. Carl Zona! Geiler Club, 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 geiler Club. Sehr ehrlich, es ist auch noch sehr wichtig, euch einen der Hauptprotagonisten des Holding-Arms vorzustellen. Er ist der Spielmacher, der Ideengeber, das Kreativ bei Herrn hinterm heißem ersten Spielbeschienen. Er ist der Grund, warum wir nicht nur Kick'n'Rush spielen, sondern warum das Kiki Kacker beim heißem ersten Spielbeschienen einzuhalten hat. Mit der Nummer 3 und geboren von seiner Mutter. Meine Damen und Herren, 50% Maschine und mindestens reicht bitte ein Mensch. Meine Damen und Herren, alle lieben Gitarre, es ist Dr. Don Chiney Pro. Charles Roy! Und so weiter. Okay, es gibt glaube ich noch eine wichtige Person, die wir nicht vergessen wollten heute Abend anzukündigen, zu würden liegen, zu huldigen. Das ist vielleicht das Wort, huldigen wollen wir heute Abend. Und das ist der Typ, der mit einem einzigen Furz gleich zwei Hits von den Skorpions geschrieben hat. Und zwar Wind of Chains und Rock You Like a Hurricane. Und ein Applaus für den unfassbaren Onkel Anke aus Bix the Way. Und von der Und von der Freude, von der Reis Basmaaale Basmaaale Basmaa, 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 Basmaa Basmaa, Basmaa Vielen Dank für's Zuschauen! Vielen Dank für's Zuschauen! Vielen Dank für's Zuschauen!